servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute wieder mit dem üblichen wöchentlichen world opening allerdings an dieser stelle auch wieder es ist noch mal ein eck kleiner geworden heute haben wir nur drei charts und zwar hexenmeister magier und meinen droiden allerdings mit dem besonderen hinweis nenne ich es jetzt einfach mal dass der druide da wir jetzt hindrhein mythisch down haben endlich wieder auf eule ist ich dafür auch sogar ein paar im plus gelaufen bin und eventuell wir da ein schönes upgrade für die eule ziehen können also da ist wieder eine menge bums im spiel hoffentlich bums im spiel und ansonsten labern wir auch nicht lange rum sondern machen einfach auf gucken erstmal was der hexenmeister kriegt da habe ich mich so schon extrem verbessert das war ja so klar ich wollte gerade sagen ich habe mich extrem verbessert weil ich diesen ring hier bekommen habe aus einem mythisch plus run so da hatte ich vorher 441 an das ding hat mich halt extremst gepusht und das war sehr sehr gut also nur aus einem run habe ich fast drei item level gemacht damit und jetzt kriegt das viel hier siegel des majestätischen loa haste versa das ist schmutz das ist natürlich schmutz und dementsprechend ich könnte ihn jetzt mitnehmen für item level gegen den haste mastering den ich gecraftet habe aber das wäre so ein dicker damit schloss deswegen an der stelle nehmen jetzt einfach die aspekt zeichen mit fertig ist die laube kann jetzt nicht ändern und in der hoffnung dass es dann nächstes mal wieder besser wird oder selbst wenn es das nicht wird habe ich zumindest dann die option mir einen sockel kaufen zu können und das ist ja zumindest auch schon mal eine ja kleine steigerung so dann haben wir schon ein drittel der charts durch geht schnell heute wie gesagt außer ich labere jetzt 20 minuten beim magier rum wer weiß vielleicht wird es auch dazu kommen wir werden sehen magier ist mittlerweile also ist eigentlich für die ganze season jetzt mein zweitbester chart ich habe diese season nicht wirklich lust und muße und auch keine zeit da jetzt wie ich sonst gemacht habe mit mehreren charts anzugreifen deswegen werden wir es dabei würde sich höchstwahrscheinlich dabei belaufen darauf belaufen wie auch immer hier fällt mir ein ich habe einen fehler gemacht ich bin erst mal nur 16er keys gelaufen weil ich aspect tokens brauchte und am ende habe ich vergessen in 19 oder 20er reinzuschieben den ich auf tasche hatte siehste wieder was verkackt und hier kriegen wir das möbius band und da habe ich einen 486 gürtel angecraftet also wäre es hier auch egal selbst wenn dieser gürtel auf 480 wäre auch hier schmutz und wir nehmen wieder aspekt zeichen der belobigung mit fantastisch das läuft doch relativ rund würde ich sagen und ich befürchte fast dass es bei dem droiden auf was ähnliches hinauslaufen wird wobei ich da tatsächlich nicht so böse wäre wenn es am ende die aspekt zeichen werden weil ich brauche noch mal ein ich brauche noch mal ein extra sockel warum stehe ich in okrima oder enduro das war wahrscheinlich wo ich die valentinstags videos aufgenommen habe und seitdem habe ich mich einfach kein stück mehr bewegt very nice also so viel dazu wie meine motivation gerade aussieht die ist naja nicht sehr hoch deswegen gucken wir mal was wären denn noch upgrades sich gebrauchen könnte einmal diesen ring hier in höher dann das trinket aus wie heißt es dämmerung des ewigen den spiegel anstelle des unheilfeuerzweigs und ansonsten brauche ich einen sockel für den gürtel hier weil ich dann wieder den die elementarschleife anziehen kann statt dieses dings ab acht sockeln also wenn man das komplette giervoll gesockelt hat ist die elementarschleife besser als die kombination giftdornen fußlappen und das ding tatsächlich ist der dps unterschied beim durch simulieren so groß dass ich sogar glauben würde dass es nicht erst ab acht sockeln greift sondern vielleicht schon früher also wenn ihr eule spielt würde ich vielleicht empfehlen sogar da mal früher rein zu gucken und zu schauen und was haben wir hier pips smaragd grünes freundschaftsabzeichen wir haben den handschutz des flammenschürers lady kronsteig spiel ohr die ist crap die wollen wir nicht und wir haben den eingefangenen schrecken eure distanzangriff und zauber haben eine chance ein dunkler schlag in die richtung eures ziels zu entfesseln der allen gegnern 208.000 schattenschaden zugefügt auch das zwar zwei trinkets aber nicht die die ich brauche oder die ich gerne hätte und dementsprechend auch hier bedienen wir uns im regal der der aspekt zeichen leider es ist es hilft nichts wobei was heißt leider in dem fall kann ich wie gesagt mit leben es hätte jetzt schlimmer sein können dann können wir hier den sockel da drauf packen dann können wir dieses tun leider fehlen mir gerade noch paar aspect token oder 5 genau zu sein und den gürtel auf 489 aufzuwerten aber das werde ich mir holen bevor wir am mittwoch den raid anfangen klären wir noch die beiden hc endbosse da habe ich dann genug token wirm token um die umzutauschen in 15 aspect und dann kann ich den gürtel craften und bevor wir umwandeln und bevor wir dann mythisch führer rein starten habe ich dann auch das ding auf 489 deswegen das ist jetzt erstmal nicht so wild beziehungsweise so so dramatisch so sockel rein zack und damit kann ich eigentlich jetzt schon mal umtauschen also den an den an und damit haben wir zumindest weiterhin alle sockelplätze das ding werde ich dann noch auf auf 489 darum oder daran soll es am ende nicht scheitern sage ich mal so und ja immerhin etwas immerhin etwas an den stats hat sich jetzt nicht so viel getan glaube ich oder ich müsste dazu mal den buff von der flask 25 30 30 gegen 25 30 30 also an den stats hat sich wirklich quasi gar nichts verändert weil ich müsste die 25 30 25 30 ja also es hat sich gar nichts verändert aber die elementarschleife hat halt mit genug sockeln einen richtigen bumms und dementsprechend ja freue ich mich drauf bin mal gespannt ob man da auch einen unterschied merken wird in sachen gameplay das werde ich dann sehen wenn es soweit ist im raid damit danke ich euch fürs zusehen wie gesagt war jetzt nicht die spektakulärste volt was das angeht sondern da haben wir haben wir jetzt ja ein bisschen abgelust aber ich denke es gibt schlimmeres zumindest auf der eule wollte ich den sockel haben und dementsprechend kann ich damit ganz gut leben ich danke euch wie gesagt fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal